. . . . . . . Also, willkommen in Höchübrig. Es war noch nicht die Aufgabe, hierher zu laufen, sondern es geht erst richtig los. Und zwar schauen wir, wie es funktioniert, wenn ihr unter Extrembedingungen mit der Wirkung der Schwerkraft und Geschwindigkeit Musik machen müsst. Schau mal dahinter. . Jemand von uns schittert hier sicher noch runter. Und hoffentlich ist es nicht ich. Es könnte scheitern, wenn es im Schlitten wackelt. Dass man auf den Knöpfen verrutscht und es nicht mehr so schön klingt. Ich nehme an, es ist Geschwindigkeit und Stabilität auf dem Boden, wie ich gesehen habe. Und das könnte jemand rauswerfen. 1, 2, 3, 4. . 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